Hallo YouTube, ich will ein ganz kurzes Announcement-Video machen und zwar betrifft es diesen Kanal. Ich werde ab sofort jeden Tag mindestens ein Video hochladen und dieses Video wird immer um 15 Uhr freigeschalten. Es könnten auch einmal mehr Videos hochgeladen werden und das ist eine super Überleitung zu Punkt Nummer 2. Es wird eine Let's Play Together, eine Let's Battle Reihe geben. Wie genau, was genau, wird noch nicht wirklich verraten. Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, dass vorerst wahrscheinlich keine neueren Spiele gespielt werden, sondern vielleicht Nintendo-Klassiker oder das eine oder andere ältere Spiel. Also es wird jetzt kein Let's Play Together Borderlands 2 oder sowas kommen. Aber ja, Klassiker der Spiele-Geschichte, sag ich mal. Und was gibt es sonst Neues? Ach ja, ich habe mir einen Twitter-Account gemacht. Diesen Twitter-Account möchte ich regelmäßiger benutzen. Ich möchte dort Dinge posten, die relevant für diesen Kanal sind. Zum Beispiel, wenn ich eine neue Serie anfange oder wenn eine Serie abgeschlossen ist und solche Dinge. Also ich will jetzt nicht posten für jedes neue Video oder sowas, sondern ich werde da posten, wenn ich eine neue Serie beginne, wenn ich eine alte Serie abschließe, wenn ich mir irgendwie ein neues Spiel kaufe, das ich Let's Playen will. Und solche Dinge eben. Oder wenn ich Projekte mit anderen Kanälen geplant habe, etc. pp. Solche Sachen möchte ich dann ganz gerne auf Twitter immer ankündigen. Und mein erster Tweet war, dass ich mir das Humble Bundle 6 gekauft habe. Was hat das mit diesem Kanal zu tun? Das hat mit diesem Kanal insofern zu tun, dass ich Dustforce Let's Playen will. Dustforce ist ein Plattformer, das wäre für mich komplett blind. Und ja, sofern alles klappt mit der Videoaufnahme und so weiter, wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich irgendwann mal ein Let's Play Dustforce von mir kommen. Das war es eigentlich auch schon mit dem Announcement-Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!